Hallo und Servus, ich möchte mich bei euch zurückmelden nach einer etwas längeren Abwesenheit. Ich musste durch verschiedenste Gründe etwas länger pausieren und möchte mich bei euch in dem Sinne auch entschuldigen, dass dies so unangekündigt ist und hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. Vieles hat sich in letzter Zeit bei mir geklärt und ich bin jetzt gerade dabei, den Kanal wieder sozusagen zu relaunchen, also bin mitten im Ramp-Up und bin auch richtig motiviert, dass sich in letzter Zeit auch viele Konzepte und Ideen ergeben haben. Also wie man so schön sagt, juckt es mich jetzt in den Fingern. Etwas muss ich aber auch sagen und zwar ist das ein riesengroßes Dankeschön. Danke, dass ihr trotzdem eingeschalten habt und danke an all die Kommentare, das Feedback und die DMs. Die haben mir echt Energie gegeben und mich motiviert. So, was kommt in der nächsten Zeit und zwar habe ich noch einige Videos, die fertig gefilmt worden sind, aber noch nicht geschnitten. Das heißt, in der nächsten Zeit werden einige von diesen veröffentlicht und ich habe auch gerade ein kleines Special laufen. Es ist was anderes vom Format her, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen wird. Aktuell bin ich auch mittendrin in der Suche nach einem neuen Platz zum Schrauben, Drehen und Pflegen. Das heißt, der Hintergrund wird sich eventuell in nächster Zeit ändern. So, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.